Mola Adebisi und seine Adelina sind verlobt. Vor rund drei Jahren lernt sich das Paar im Netz kennen und lieben. Vergangenes Jahr wagen der Moderator und seine Liebste dann den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Sie kaufen gemeinsam ein Haus. Jetzt wollen die beiden sogar Nägel mit Köpfen machen. Im Interview mit Promiflash verrät der 50-Jährige bei der Angermeier Trachtnacht, Adelina ist neuerdings seine Verlobte. Ein genaues Datum für die Hochzeit gibt es aber noch nicht. Der Plan ist für nächstes Jahr. Ursprünglich wollten wir am 4. August heiraten, weil da sind wir zusammengekommen. Aber das ist ein Wochenende nächstes Jahr und daher müssen wir ein anderes schönes Datum finden. Aktuell ziehen der TV-Star und Adelina einen Tag im Frühjahr oder Sommer in Betracht. Wann genau es soweit ist, werden ihre Fans sicher noch erfahren. Für Mola ist jedoch am wichtigsten, dass er seine Verlobte schon bald zur Frau nehmen kann. Wann geht's. Wann geht's. Wann geht's. Wann geht's. Wann geht's. Wann geht's.